23 Spieltag, Dienstag, 1.03.2022, 19 Uhr, 1860 München gegen 1. FC Kaiserslautern, 2 zu 1. Start 11 und 1860 München, Marco, Gilea, Kuan, Müll, Sipan, Sigurd, Dan, Denise, Dressel, Eric, Dalic, Marfil, Lille, Bracetti, Raquel, Herr, Philipp, Steinhardt, Stefan, Lex, Simon, Simi, Balkan, Nadia, Panik, Dodrisch, Dich, Mann. Reservere, Bank von 1860 München, Kevin Godin, Maxim, Gisler, Tim, Limsbjerg, Lerch, Leandro, Marcalo, Marco, Maneret, Nilos, Kokogic, Tom, Herzschmier, Alexander, Friedrich, Fabian, Grilinach, Jetzt kommt die 1. FC Kaiserslautern, Start 11, Matteo, Rab, Boris, Tomiak, Mohamed, Gipt, Alexander, Dachving, Lerch, Marlon, Reuter, Daniel, Dominic, Schad, Kevin, Krauss, Daniel, Hanslik, Mike, Wunderlich, Felix, Götze, Henry, Zug. Reservere, Bank von 1. FC Kaiserslautern, Julian, Neuhaus, Nikolas, Sasser, Geni, Rondondo, Geni, René, Kleinsberg, Simon, Steli, Nial, Gips, Autosprachig, Philipp, Geschirch, Hikmit, Shiftry. 9.32.